Wie viel Elend und Not hat schon ein leichtfertig begonnener Krieg angerichtet? Diesen Kartenbrief muss ich hinausschmuggeln. Man wird behandelt wie Kriegsgefangene. Hitler und Mussolini tot, Berlin gefallen. Die bedingungslose Kapitulation wurde gestern Nacht 2.41 Uhr unterzeichnet. Mir kamen fast die Tränen, als ich eben den Brief las und vor allem das Bild sah. Das Film von Mademar läuft weiter. Das Lied ertönt selbstverständlich auch. Durch angestauten Überdross bis zum losen Gebrüll. Im Meer der Überfremdung ist Deutschsein die letzte Illusion von Identität. Die letzte Insel. Aber was ist das, Deutsch? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020